Die Dichte eines Gases hängt unter anderem von seinem Druck und seiner Temperatur ab. In diesem Video wollen wir berechnen, wie viel Volumen 5 kg Luft bei veränderten Bedingungen einnimmt. Die Aufgabenstellung des Beispiels, das wir lösen wollen, lautet. Welches Volumen haben 5 kg Luft bei einer Temperatur von 500 Grad Celsius und einem Druck von 2 Bar? Aus der idealen Gasgleichung folgt, dass Druck mal Volumen, geteilt durch die Temperatur, für ein gegebenes Luftpaket konstant ist. Das gilt für unser Luftpaket bei Normalbedingungen als auch bei den gegebenen Bedingungen. Also gilt, P0 mal V0 durch T0 ist gleich viel wie P1 mal V1 durch T1. Wir lösen diese Gleichung nach V1 auf, indem wir durch P1 dividieren und mit T1 multiplizieren. Das Volumen bei Normalbedingungen kennen wir nicht, aber wir wissen, dass die Dichte bei Normalbedingungen gleich der Masse, geteilt durch dieses Volumen ist. Wir lösen diese Gleichung nach V0 auf, indem wir mit V0 multiplizieren und durch Rho0 dividieren und setzen das in der unteren Gleichung bei V0 ein. Und schon haben wir die Schlussgleichung. Wir sehen, dass die Drücke in einem Verhältnis vorkommen, also können sie in einer beliebigen Einheit eingesetzt werden. Rho0 ist gemäß Formelsammlung 1,293 kg pro Kubikmeter, P0 ist 1,013 bar, P1 ist 2 bar, T0 ist 0 Grad Celsius in Kelvin, also 273,15 Kelvin, und T1 ist 273,15 plus 500, also 773,15 Kelvin. Eingesetzt erhalten wir für das gesuchte Volumen 5,54 Kubikmeter. Mit diesem Video geht es weiter, und in dieser Playlist findet ihr alle Videos zu diesem Thema.